Zum Entriegeln des Downtube-Akkus drehen Sie den Schlüssel bitte links herum. Der Akku kann nun seitlich entnommen werden. Den Akkuladestand können Sie direkt am Akku ablesen, indem Sie den Testknopf drücken. Beim Einsetzen des Akkus achten Sie unbedingt auf den korrekten Sitz des Akkus in der Akkuführung. Schlüssel abziehen nicht vergessen, um den Diebstahlschutz zu gewährleisten.